20er, von Sonntag auf Montag Ne, es wurde heute kein Gameplay gezeigt, Aptics Die haben einen einminütigen Render-Trailer wieder gezeigt Dafür gibt es aber auf der Steam-Seite viele Infos über das Spiel Die schon sehr, sehr geil klingen Also die lassen auf jeden Fall Großes hoffen Hau ab Keiner mag dich Ich konnte da nicht mit E trinken, warum? So, ich hatte hier vorhin Alter, die sind hier alle aber richtig hohe Level teilweise Ich kann den Speer auch nicht werfen Rechtsklick vom Speer funktioniert einfach nicht Läuft sehr gut, Nekatus, Alter Die Karte ist sauheftig Ich finde es auch cool mit den Runen, dass die da unten so integriert sind und alles Ich bin auch gerade einmal gestorben Mich hat einfach ein Skorpion weggeheatet Ich war gerade ein paar Bären mir übers Menü am reinstopfen Und dann kam der von der Seite und hat mir zwei, drei Hits gegeben Dann bin ich weggelaufen Dann bin ich eingeschlafen Und dann kam der mit an und hat mich einfach aufs übelste Art und Weise zerstört Aber hast du schon gesehen, was auf der Seite von Steam steht Von Ark 2 Also mein lieber Scholli, ne Ich war zwar ein bisschen enttäuscht, dass kein Gameplay heute gezeigt wurde Aber was da steht Das klingt ja sauheftig Vor allen Dingen, dass man eigene Kreaturen und Gegenstände und so ganz einfach rein modden können soll Der Trailer wurde in-game aufgenommen Das ist Spielgrafik Ernsthaft? What the hell? Okay, also wenn das die Spielgrafik ist, ist das krank Nee, Bett So Okay, wir haben schon mal ein Bett Ich bin jetzt auf der Suche nach einem richtig guten Spot Ich will eine richtig geile Höhle Was ich auch sehr geil finde hier an der Karte ist Dass man hier so Fragezeichen bei so interessanten Spots hat Sehr, sehr geil Aber ich habe bis jetzt noch keine geile Höhle gefunden Ganz am Anfang im Trailer steht Real-Time-Footage Ah, okay Gut, ich muss ehrlich sagen Ich habe da nicht so drauf geachtet Weil bevor die das auf Dings Im Showcase gezeigt haben Stand da erstmal Konsol Exclusive Dann habe ich direkt gesagt Ja, wenn das Konsolen Exclusive ist Kann es ja schon mal nicht arg sein Und dann war es doch auf einmal arg Das war ein bisschen verwirrend Danke Kevin 8 Euro gespart bei Level Up Kein Problem, Schugrisch Ich hoffe, du bist zufrieden mit den Produkten Gib mit dem Code G-Time 30% aktuell Okay Okay, ich habe wieder ein bisschen Metall rausbekommen Das ist gut Weil das brauche ich ja Reicht für Arc 2 eine 2070 super Warum fragst du mich das? Ich bin noch kein Entwickler Schugrisch Dankeschön für ein geschenkten Sub Liebe geht raus Also wenn du mich das fragst Was du für ein PC Für Arc 2 brauchst Dann fühle ich mich von dir so ein bisschen verarscht Weil dann denke ich Dass du dich über mich lustig machen willst Weil ich habe da gar keine Ahnung von Smithy Table heißt der Ja, wir brauchen noch zwei Leder Fünf Eisenbarren Das heißt, wir müssen jetzt noch die Schmelze machen Warte mal Wie heißt denn dieser Ofen? Forge Genau Greenfire Forge Ich glaube, es reicht ja, wenn ich Forge eingebe Okay, da müssen wir noch ein bisschen Stein sammeln Ein bisschen Leder Wigbert Das musst du entscheiden Also bei dem Pulver hast du natürlich deutlich mehr Softdrinks Da musst du halt nichts selber einmischen Oh, jetzt geht es werfen Ach du Scheiße Der ist in Meta vor mir Ach du Kacke Jetzt hast du mich auch noch getroffen Egal Jetzt haben wir schon mal Leder wieder Stein müssen wir noch holen Ich habe richtig mit der Kälte hier zu kämpfen gerade Also nachts ist schon kalt Da fehlt immer noch Leder und Fasern Gleich Aber das ist auch das Geile an dieser Karte Diese Herausforderung Also tut mir leid Aber Leute Wegen Nitrado-Servern Braucht ihr hier nicht fragen Ich bin nicht mit Nitrado Hier Das hier Das hier Das ist das einzig wahre im Server Game Ja Kommt hier nicht wegen euren komischen anderen Servern an Dann das ist ja Ich binDer Aber das ist ja liege so Leder embark Auf der Map gibt es einen Schrein, wo G-Portal geehrt wird, okay? Das ist natürlich geil. Ähm, so. Ich glaube, wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen Leder. Ich muss aber jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Junge, ich habe ein Lagerfeuer an. Ich bin direkt daneben und es sind drei Grad. Also hier ist schon echt... Hier ist schon echt kalt, ne? Welchen Server empfiehlst du? Ich? Ich empfiehle ganz klar G-Portal. Also es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der mal seine Probleme hatte, aber der Support ist super hilfsbereit. Ich weiß es selbst. Und die Server machen so gut wie gar keine Probleme. Und bei mir in der Community sind so viele Leute, die G-Portal-Server nutzen und absolut zufrieden damit sind. Und bei was für Problemen die teilweise den Leuten helfen, das ist insane. Also wenn ihr euch einen Server gönnen wollt mit, äh, hier, Fjordur, kann ich euch nur G-Portal empfehlen. Ihr seht ja, die Karte ist drauf, es läuft alles 1a. Ja, ich hab mir ganz normal auch einen Server erstellt, wie ein normaler Kunde. Ist nicht, dass ich hier irgendwie die extra Wurst gekriegt hab. Der große Baum ist so cool. Ey, der ist ganz... Die ganze Karte ist geil. Ich will unbedingt an den Agentavis kommen. Damit ich endlich fliegen kann. Junge, Nikathos, was hast du hier eigentlich eingestellt? Hier spawnen nur 150er-Fiecher. Ich brauch für jedes Ding Jahre, um es wegzuklatschen. Ich merke jetzt erstmal, was The Island für Randspawns hat. Ich komm mir vor wie ein Paradies hier mit den Dinos. Ey, um so ein Dino zu finden auf The Island, müsste ich erstmal drei Stunden suchen. Hier läufst du um eine Ecke, kommt der nächste Hunderter. Nein! 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 hat nekathus die offizielle map gebaut diese karte hat nekathus gemacht ja jemand anonymes hat inex einen sap geschenkt dankeschön man liebe geht raus leute 95 sap points noch dann sind wir wieder bei den 2000 vielen vielen dank muss man die kaufen ein ist eine komplette gratis map ihr habt noch gar keine vorstellung was diese karte alles bietet leute die ist so heftig die map wir können endlich eine forge machen und für den brauche ich jetzt nur noch die fünf metall barren sehr geil ein bisschen stein holen wobei ich habe mir gerade den trailer von arc 2 angeschaut denkt bitte bloß nicht dass das ganze spiel in dieser gezeigten grafik mit 60 plus fps läuft es wurde selbst bei den drei dinos getrickst um es grafisch so aussehen zu lassen beziehungsweise für diese szene flüssig laufen zu lassen und das sage ich als vollzeit entwickler mit der unreal engine der auch weiß worauf er da achten muss pushlin dankeschön für zwei geschenkte subs an die community definitly sleeply und monster tee glückwunsch an euch beide und dankeschön man jakob dankeschön für den geschenkten sub unstable konst und luke dankeschön für den prime sub man liebe geht raus leute ich danke euch für den support absolut insane vielen vielen dank so zack holz zack ja leute also wenn ihr bock habt auf einen geilen pve server zu zocken der community server steht auf jeden fall ich hoffe da läuft alles und jetzt läuft auch hier leute guckt euch an das läuft hier langsam der g time der gibt jetzt hier vollgas spitzhacke ist am start erste sache kann ausgetauscht werden weg mit dem schmutz ach komm du musst mal hier ein bisschen eisen jetzt rausholen kollege ich finde es geil dass man direkt am strand hier diese felsen hat wo man auch eisen rauskriegt also metall bin zwar schon dreimal erfroren aber der server läuft ja dann wissen wir ja dass die karte funktioniert wenn du schon dreimal erfroren bist was mich mal interessieren würde in die kartos kriegt man eigentlich als map ersteller auch den frust der leute manchmal ab wenn die auf der eigenen karte die ganze zeit am stelle scherben sind tatsächlich bisher nie ok so jetzt machen wir uns noch eine axt ach du scheiße die braucht ja viel mehr ne aber das geile ist halt ich kann dann jetzt gleich gut leder holen shit leder 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 warte mal hatte ich hier nicht irgendwo gerade so eine kleine exe rumlaufen sehen 8 leder genau raus bekommen sehr gut so zack ok ok ich packe jetzt mal so lange den stuff hier den ich so im inventar rumfliegen habe und nicht so rumfliegen haben möchte den packe ich jetzt einfach mal hier rein also das essen ist schon echt heftig ne der verbrauch holy shit da merkt man auf jeden fall dass auf der karte ist ein bisschen kälter ist der spot ist richtig geil für den anfang hier an diesem strand hier hat man echt so ein bisschen in kleineren mengen das was man braucht also chat ich glaube auf nächstes jahr können wir uns echt freunde das wird ja echt ein krasses gaming jahr werden ey was da alles nächstes jahr rauskommt das ist ja absolut krank so wartet mal was wollte ich jetzt machen eigentlich wollte ich noch gucken ob ich ein paar späre machen kann zehn stück ja passt ne er kann nur drei machen okay wahrscheinlich zu wenig fiber ich werde hogwarts legacy zocken ja ja flint kriegen wir hier raus Ich würde jetzt gerne ein bisschen Leder und so mitnehmen Und vor allen Dingen versuchen auch gerne an Metall zu kommen Um mir eine Armbrust zu bauen Weil dann nehme ich hier alles erstmal auseinander Und dann können wir langsam mal schauen Ah, schafft er das? Nee, ne? Dass wir einen Spot finden, wo ich mich richtig aufbauen kann Ich würde halt echt gerne so eine richtig geile Höhle finden Das hier sind keine Eisendinger, ne? Das ist ein normales Stein Lol? Spawn die Random? Oder ist das jetzt feste Position? Ich habe eine Rune bekommen Alle Hand platziert? Ach du heiliger Strohsack Da suche ich mir ja einen Ast ab Boah, das sieht so schön aus So diese saftig grünen Wiesen Das ist einfach geil Nee, wie gesagt halt Jojo, wir sind da mit G-Portal im Kontakt Ich hoffe, dass wir jetzt im Laufe der nächsten Woche das vielleicht machen Das Pack mit dem Video und allem drum und dran Ich merke ja schon, wie sehr ihr die ganze Zeit danach fragt, Leute Nach den ganzen Einstellungen und alles Ich werde da zur Not noch mal bei G-Portal nachhaken So, das ist jetzt mal ordentlich Leder Ach du Scheiße Die Libellen Gang Ich hau dich mit der Faust um Ist mir auch egal Ich bin ein Kämpfer Keine Schwäche zeigen Da Zack Oh, Sarko, 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 Sarko Hier war mal weg Ich muss irgendwo an Eisen, Metall rankommen Oh, das sind hier glaube ich Metallfelsen Solche Felsen am Wasser Das ist meistens immer Die haben schön Metall Guckt's euch an Da hauen wir jetzt gut ein paar hier weg von Da können wir nämlich direkt uns einen ganzen Batzen Metall mitnehmen Das Wasser sieht ja mal voll geil aus Ich glaube ich Standardwasser, oder? Necatus hat einfach die Grafik des gesamten Games aufgewertet, oder wie? Aua, warum? Hey, ich bin friedlich Hier ist einfach eine Snow Owl Na du Penner Ey, nimm das sofort zurück Ich hab grad Dean Du scheiß Loser Das war alles so cool Ich hab grad Das war alles so cool Und da Das war Ich hab grad Ich hab grad Schnell oder Ich hab grad Was ist einfach In Fert ducks Ich hab grad Ich hab grad Ich hab grad Und da dark pikachu abend alles gut das ist ein eigener ich bin ja jetzt hier die karte im dings in meinem projekt oh yes baby oh yes wir können sie machen leute geil 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 erst mal ein bisschen was snacken hier wir brauchen noch einen metal ingot red hat alter dankeschön für zehn geschenkte subs an die community leute was ist das heute für ein kranker support von euch wie viele subs ihr heute rausgehauen habt absolut krank und die ganzen follows vielen vielen dank mikrobolt du ja legend brot tv flopsy sydney mc ripe safir with tom dupi und doomstar ihr habt alle einen sub geschenk bekommen vom lieben red hat glückwunsch an euch und dickes dankeschön 100 zu wenig fiber ja zu wenig fiber dankeschön black monty ist das eigentlich normal ist ne kathos noch da ich kann ja irgendwie am meer nicht trinken mit e ist das normal leute weiß dass jemand ist das bei euch auch vielleicht ist auch bei mir einfach nur baggy sollte gehen ich muss immer ins meer reinlaufen jetzt kann aber vielleicht sein dass bei mir baggy ist hat schon mal jemand anders getestet ich muss mir endlich mal einen vernünftigen pc und ich mit meiner geringverdiener kiste rom blacky bis solche pcs immer aus die Untertitelung des ZDF, 2020